Leute, der Frühling steht vor der Tür und aus dem Grund gibt es heute passende Inspiration für euch. Auch wenn es aktuell draußen noch nicht so aussieht, dennoch steht der Frühling vor der Tür und deshalb habe ich einfach mal ein paar Outfits für euch wieder zusammen kombiniert. Alte Inspiration für euch und falls du gerade auf der Suche bist oder jemanden kennst, der auf der Suche ist nach neuen Frühlingsoutfits, teilen natürlich an dieser Stelle liebend gerne dieses Video mit ihm. Das erste Outfit ist ein Retro-Trainingsanzug. Tatsächlich habe ich mal hier so einen Retro-Trainingsanzug rausgepickt aus dem Grund, weil die Dinger nicht nur super bequem sind, sondern weil sie auch immer wieder angesagt sind auf den Laufstegen dieser Welt. Finde ich für einen Frühlingslook ganz nice, super angenehm zum Tragen. Hier kombiniert in blau mit einer Beanie und einer lässigen Sonnenbrille dazu. By the way Leute, ich habe euch selbstverständlich wie immer alle Outfit-Kombinationen unten in der Infobox verlinkt und falls ihr euch grundsätzlich weiterbilden möchtet, wenn es um das Thema Outfits und Styling geht, dann checkt auf jeden Fall mal den Men's Style Guide aus. Das ist ein E-Book zum Thema Outfits und Styling. Das gibt euch einfach so die Guidelines mit an die Hand, die ihr braucht, um euch vernünftig zu kleiden. Und mit dem Gutscheid-Code DanielCode20 bekommt ihr 20% Rabatt auf dieses E-Book ebenfalls unten in der Box verlinkt. Das nächste Outfit, Palmen aus Plastik. Der Name ist Programm nicht nur in einigen Rap-Songs, sondern auch in diesem Outfit. Ich trage nämlich hier ein Hemd mit einem Palmmuster drauf. Palmmuster, äh, generell Muster sind im Frühling sowieso immer angesagt. Und dazu eine weiße Hose, passende Sneaker in weiß, cremefarben, einen Trenchcoat oben drüber in beige und zu guter Letzt auch noch einen blauen Dreckpullover oben drüber. Finde ich eine richtig coole Kombination. Mit diesem Outfit seid ihr einfach im Frühling für alles gewappnet. Ja, das Wetter schwingt manchmal um im Frühling. Und hier könnt ihr mit diesem Layer-Outfit euch immer wieder aufs Wetter einstellen, egal wie es aussieht. Das nächste Outfit ist eine Kombination aus Regular Ficino, die ich ein bisschen hochgekrempelt habe und einem T-Shirt und einer Hemdjacke. Die Hemdjacke an dieser Stelle kariert in den gleichen oder fast identischen Farben zu denen in den Sneakern. Finde ich immer cool, wenn sich die Farbwelten so ein bisschen wiederfinden. Und dazu habe ich noch passende Accessoires kombiniert. Hier an dieser Stelle eine passende Cap und eine Sonnenbrille, als auch nochmal eine Brusttasche, die ich mir hier quer einfach drüber gehängt habe. Die nächste Kombination ist eigentlich ein bisschen unspektakulär, aber die gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut. Ist eine sportlich elegante Kombination. Ich trage hier unten Monks, dann dazu eine weiße Chino, einen Feinstrickpullover in Braun und darüber wieder eine Hemdjacke. Wirklich relativ einfach, aber genau so mag ich es tatsächlich im Frühling rumzulaufen. Die nächste Kombination ist ein perfekter Alltagslook, den man aber auch perfekt im Office tragen kann. Unten trage ich hier weiße, lästige Sneaker und jetzt Leute, ja, ich habe mich getraut, mal hier eine Cargo-Hose anzuziehen. Ein bisschen regular fit, ein bisschen hochgekrempelt, was ich an dieser Stelle cool finde, dass die Taschen nicht so monstermäßig auf den Seiten drauf gemacht sind, sondern sehr minimalistisch sind. Dazu kombiniert ein Zip-Polo in beige, darüber eine babyblaue Hemdjacke und dann dazu noch passende Accessoires. Einmal den Rucksack, den man auch als Tasche benutzen kann und final auch noch die coole Sonnenbrille dazu. An dieser Stelle finde ich vor allen Dingen, dass die Accessoires dieses Outfit tatsächlich nochmal hervorragend unterstreichen. So Leute, und jetzt nochmal alle Outfits im Überblick. Schreibt wie immer auch gerne in die Kommentare rein, welches Outfit euch persönlich am besten gefallen hat. Ich bin sehr gespannt, was ihr schreiben werdet. So Leute, ich hoffe, ich konnte euch heute ein bisschen Inspiration bieten für eure Frühlingslooks. Und auf diesem Video wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stylen eurer Frühlingskombination.